So, und Aufzug! Jaaa! So, und Aufzug! Jaaa! Ah, äh... Oh! Hightech! Wir können wählen, wo wir hinwollen. Eins oder zwei? Eins. Ja, dann fahr auch auf Zug. Ich schätze, da gibt's nur eins. Naja, ne, geht nur auf zwei. Ui, Verzerrung ist erst möglich. Ich hätte aber lange nicht aufgesucht. Etwas. Ich glaub, das war nicht zweite, sondern und zwar hat sich's zur Italien. Weißer nicht. Mal endlich. Keine Ruhe. Huch. Jaaa, das haben wir schon selber ausgefunden. Dankespiel. Achtung! Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Was? Cool. Warte mal auf die Nachricht. Chipsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Belle. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Reto-Schub aktiviert. Wow! Ruhig, Brauner! Das Luftboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikowski, du rufst Admiral Grace. Kettle, du meldest dich bei Cargo Opf. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Okay. Okay. Jaaa. Enden wir zweitern? Platinen! Doch nicht, okay. Schien gerade als hätten wir ja zweitern. Tags-Log. Tags-Log. Wo bist du denn da oben? Jo. Oh, da geht's nicht weiter. Glaub ich. Aber hier, nehmen wir einen Kurzschluss initiieren. Weil man das so so fallos tun kann. Was? Was? Dreh langsam, für blaue Schloss. Hä? Au. Was soll das? Mann, ich will auch nicht spielen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Asak, hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungs-Sender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnose-Programm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Na klar. Jo. Jetzt geht's da hin weiter. Jo. Wenn man erst die Anzeige kurzschließen muss, haben wir sich Türen öffnen. Jo. Story-Elemente. Es ist beunruhigend ruhig. Würde ich anmerken. Bald nicht mehr. Tja. Ja. Oh. Hey, weg. Mein Mehl weg. Ja. Kann man nicht benutzen? Mal schreien die Schale. Bähne halt nicht. Ist hier nur irgendwas von Interesse. Ich glaub nicht. Zeug zum Kram. Mann, sei nicht so fett, ey. Ja, ich... Das ist ja nur jetzt die Richtlinie. Zunächst muss außer das Blauen PX stehen. Hm. Gegner. Ja. Oh. Bombenfässer. Geil. Ja. Hydraulikantrie. Geht's weiter? Ja. Ja. Geht's weiter. Kannister? Kannister. Ja, die Kannister, die ich geschmissen habe. Ah, sorry. Oh mein Gott, kommen da viele! Scheiße. Drei Stücke auf einmal. Krabbeln. Ah. Alle auf einen Haufen. Ah. Schön. Ja. Ah, gleich frisch jetzt. Achso, man sollte vielleicht nicht in die Kiste schießen. Jo. Äh. Position, Position. Lame. Ich hab halbe Leute bekommen. Okay. Da hinten ist noch lauter Zeug. Ja, lass doch. Oh. Oh. Hallert. Wow. Ein harter Sucher-Bot. Könnte doch nützlich sein. Ja. Diffo. Hä? Drei. Ah, okay. Hä. Diffo? Ah, okay. Hä? Das ist schön. Wie kann ich den jetzt wieder aufheben? Kann ich. Der fährt hier jetzt automatisch rum und dann ist der irgendwann wieder in seinem Elementar. Nein. Doch. Hat das Schaden gemacht? Ja. Okay, also ich dachte, wir hätten kein Friendly Feuer. Das ist ja auch kein Friendly Feuer. Also deiner fährt hier lustig durch die Gegend, wie sie aussieht. Ah, es kommt schon wieder zu mir. Einer zog halt hier hinten irgendwo zwischen den Kisten rum. Treten! Oh, hier geht's weiter. So. Äh, andere Wache. Autsch. Beine mit Schläuchen. Was? Ja, fein. Schleuchen. Ich möchte mal erst ein bisschen Hydraulikantrieb machen. Das klingt irgendwie interessant. Mhm. Achso. Hinter uns. Hinter dir. Hinter mir. Na gut. Ich hab das Ding jetzt immer noch nicht im Inventar. Nee, kommt noch. Oh, kein Ei. Das gibt's schon angezeigt. Okay. 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 Das geht natürlich auch. Naja. Wie denn sonst? Ich sag mal... Warum ist man in dem es halt so komisch grünlich nach unten nehmen? Das ist seltsam. Gift oder so? Eigentlich nicht. Ich verliere keine Demo oder sowas in Richtung. Hier ist ne Bank. Und Gegner. Das hat's ja nicht mehr. Äh. Okay. Das waren tatsächlich Spinnen, die irgendwie... Leiden nochmal. Haben wir's jetzt? Ich glaube. Na, da schreit noch einer. Was bist denn du, Jonas? Irgendwas China-Japanisches. Asiatische Schafft. Ich geh mal in die Bank. Äh, 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 äh. Was denn? Ein Nahkampftool. Okay. Okay. Oh, mach's probieren. Okay, das ist zuviel'n Hammer zu schwingen. Jo, warum nicht? Ich... Koste keinen Wolfram. Also, am Rest haben wir genug. Fuck. Ja, mach ich denn. Tee. Was mir jetzt grad so kommt. Bitte? Was mir jetzt grad so kommt, kann man die auch auseinander bauen. Nee. Was denn Waffen? Die Waffenteile. Hm, das glaub ich nicht, ne? Das will doch. Wow, kann sie jetzt aufteilen. Hehe. Drehmannsschalten-Modul? Nix da. Alpleiter und Altmetall. Geil. Hydraulik gibt's sogar Wäufer. Ja, aber Hydraulik gefällt mir eigentlich ziemlich. Na, komm. Na, ich behalte die Meinung. Verkaufe aber die CR-Antrieb. Ah, die Lautstärke. Was denn? Ja, du bist wieder so leise aus so irgendwelchen Gründen. Wo ich die schon wieder lauter gestellt hab. Jaaaa. Menno. Ja, wirklich. Jetzt ist wieder okay. Hab ich jetzt wieder laut gesprochen? Ja, dann sprich mal weiter laut. Nö. Du hast ja so einen Konserven-Dose unten drangeschraubt, das du droolig-Modul. Hehehe. Ist doch wahr. Vielleicht... Vielleicht ist es ja eine Konserven-Dose. Kann man ja nicht wissen, ne? Oh, okay. Wie lange brauchst du noch? Na, ich schau halt mal kurz drüber. Über alles. Ja, vielleicht wirst du mal was nachmachen können. Ich will halt gut ausgerüstet sein. Ja, das würde aber wirklich keinen großen Unterschied machen. Glaub ich schon. Man kann Platinen auch herstellen? Ja. Wusste ich gar nicht. Na gut, machen wir es nachher. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Zumindest kann ich schnell wieder runter und wenn man da drauf hat. Hm. Was denn, wo ist das? Das kommt wieder auf des Pitsch. Oh, ein fetzer. Guck mal. ... Das geht aber. ... aber. Stimmt. Das kommt wieder auf. Witzsch. Oh, ein fettzer. wo fast stark schlag mal noch mal vor Ort schaut aus wie die Kralle 3 stelle für den Stasi gar nicht was soll's Stas ist für Noobs Ja, ich weiß, deswegen hab ich gesagt, das ist ja Mach mal Wie denn der Platine? Ja, jetzt ist ne Schlecker Tomara Oh Mach doch den Stern Was zerfetzt die Feinde Oh, ich leb kaum noch So, hier ist alles und so weiter Aber gut, immer gut Warum die Na toll Leuchtest cool, was bist du Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem Cargo-Obs sollte in der Nähe sein Man kann die Schienen von dort aus sehen Danke, danke, ich zieh mir das mal an Suchen wir uns wartet in der Bank Hä? Was? Echt? Ja, ich sag ja, du kriegst mal Eldung, wenn du da zurück bist Ich hab keine bekommen Weil du den später gesagt hast als ich Müsst du in der nächsten Minute oder so bekommen Ach, du hast auch einen bekommen? Ich dachte, den hätte nur ich Äh Äh Müsst du mal hofft nachzuladen? Ja, mal warte Was ist das? Die Überstimmung Oh Oh Was ist das für eine Kiste? Ersatzteilbox Oh, jetzt hab ich's gar nicht gelesen Oh, das ist wie weg, wo? Da kam, da kam irgendeine Meldung Okay Okay Schade Wahrscheinlich über die Ersatzteilbox, was das ist Aber gute Grüße, das sieht ekelhaft aus Na komm Ah, okay, die kann man bei der Bank einlösen Die Ersatzteilbox Ah, ah Ah, ah Ach, das verwendet Munition Das ist ne Munition, ja Haha Warum auch immer, aber gut Ja, also irgendwo muss ja die, ja die Leuchtfarben herkommen, ne Bank Suche mal, was hast du gefunden? Boah, 472 Wolfram, das ist einiges Was? Alter 39 Wolfram Der Ersatzteilbox Ui Jetzt sind wir vier Zeug Warte mal Ach ne, mein Vorrat ist jetzt 2400 Altmetall Ich mach auch schon mal zwei Torkstangen, ne? Ja Mach das Mach das Mach das Gleich wieder einsetzen den Bot Okay, ich sehe das Problem jetzt Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion Gut, also irgendwo in der Richtung da Wutsch Ah, die hallo Oh, ich kann ja die Stromflinte jetzt bauen Was geht denn hier ab? Warum machst du einfach Türen auf? Ich geh es nicht? Ich frisst gerade ein Zombie Ja, ich weiß Ich häng gerade hier hin Die ganze Zeit Äh Weil ich da dabei sein muss Weil jetzt kein Gegner Ah, okay Muss nicht dabei sein, ne? Na ja, aber du bist gestorben Weil du einfach so rumklickst Mach ihn! Ja, tut mir leid Aber das Buch Okay Moment Darf ich jetzt nochmal aus der Bank ausziehen? Äh? Ja Wo muss ich denn durch gehen? Aber gut Ja Wo muss ich denn durch gehen? Aber gut Ja Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen Sollte ich schaffen Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion Ich muss sagen, diese Spiele sind nicht sonderlich intuitiv Ich muss sagen, diese Spiele sind nicht sonderlich intuitiv Okay Okay Ja, aber anscheinend muss der eine den anderen gerade verteidigen Jetzt dabei Und da du wahrscheinlich der bessere Schütze von uns beiden bist Ja, warte mal Ich will mir hier erst nochmal alles anfangen Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Jus温 Ich Wir 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 Vielen Dank.